Herzlich Willkommen bei den Coop Gaming News vom 2Konsofa. Alle Neuigkeiten rund um PC und Konsolen. Neues von Overwatch. Blizzard hat bekannt gegeben in Hollywood, Paris und Busan Agenten zu aktivieren. Man wusste nicht, was kommt und sie haben tatsächlich in diesen Städten überlebensgroße Plastikfiguren aufgestellt. Eine coole Werbeaktion, wie wir finden. Die Gerüchte verhärten sich, dass die PlayStation 4K oder Neo, wie sie genannt wird, tatsächlich noch dieses Jahr im September erscheinen wird. Interessant dabei ist, dass sie noch vor der Veröffentlichung von der PlayStation 4R, also der Virtual Reality Brille von PlayStation, erscheinen wird. Battleborn Season Pass Inhaber oder die Besitzer der Digital Deluxe Version freut euch. Am 31. Mai gibt es den ersten DLC, und zwar mit dem Charakter der Alani. Bitte nicht weinen. Gran Turismo Sports wird es nicht als Beta geben. Dies wurde zwar vorher angekündigt, aber dies ist nun dementiert worden. Der Grund dafür ist, aus Zeitgründen. Vom 26. bis 30. Mai gibt es ein kostenloses Beta-Wochenende des Spiels Paragon. PC und PS4-Spieler können zusammen Cross-Plattform spielen und 16 Charaktere auf das Schlachtfeld von Agora führen. Viel Spaß dabei. Besitzer einer HTC Vive werden sich sicherlich darüber ärgern, dass die Oculus Rift Spiele nicht auf der HTC Vive spielbar sind. Jetzt gibt es ein Tool, das Revive Injector Tool, mit dem das geändert werden kann. Oculus Rift Spiele können nun auf der HTC Vive gespielt werden. Aber... Oculus Rift hat ein Software-Update herausgegeben, um gegen illegale Kopien vorzugehen. Leider sind damit die Oculus Rift Apps auf der HTC Vive nicht mehr spielbar. PlayStation VR, jetzt endlich wieder nachbestellbar, aber gleich danach waren diese Nachbestellungsmöglichkeiten nicht mehr gegeben. PlayStation hat wieder den Hahn zugedreht. Böse Stimmen sagen schon, dass die Auslieferung der Geräte etwas sich verzögern wird im Oktober, was die zweite Charge angeht. Hitman-Fans aufgepasst, am 27. Mai kommt das zweite exklusive Target, der Congress Man, als neuer Live-Inhalt in das Spiel hinein. Viele Spiele von Star Wars Battlefront haben sich darüber geärgert, dass es keine Solo-Kampagne gab. EA hat nun, nach den Wertungen im Netz, entschieden, dass es eine Solo-Kampagne geben wird, aber nicht nachgereicht bei Star Wars Battlefront, sondern in einem eigenständigen Titel wahrscheinlich Star Wars Battlefront 2. Gronkh steht in Deutschland nicht mehr an der Spitze, bezogen auf die YouTube-Abonnentenzahl. Er wurde abgelöst von dem Kanal Freekickers mit 4,126 Millionen Abonnenten. Das tut uns leid für den Altmeister des Let's Play. Mirror's Edge Catalyst ist zwar wieder verschoben worden, aber DICE hat eine interaktive Karte hin veröffentlicht, in der ihr das ganze Torömer erkunden könnt. Diese soll sehr, sehr groß, also riesig sein. Es gibt einen neuen Rekord im Speedrun bei dem Spiel Doom. In unter 90 Minuten hat es der Spieler Dracu geschafft, das gesamte Spiel durchzuspielen. Noch ein paar News zu Virtual Reality. Bei der letzten Entwicklerkonferenz von Google hat Google bekannt gegeben, dass sie auch eine eigene Technologie für Virtual Reality rausbringen will. Genauso bekannt gegeben worden ist, dass die Acer und Starbreeze zusammen kooperieren wollen und Star VR rausbringen möchte, also auch eine eigene Entwicklungsplattform für Virtualities. Kurz davor war auch noch mal News wegen von Samsung, die ebenfalls ein eigenes VR-System rausbringen möchten. Das zweite DLC für Call of Duty Black Ops 3 mit dem Namen Eclipse ist jetzt draußen. Für PS4-Spieler schon seit vier Wochen, für die anderen Xbox One und PC-Spieler ist es jetzt verfügbar und bietet vier neue Multiplayer-Maps und ein Kapitel für den Zombie-Modus. Spiegel von 중요